so hallo und willkommen zu einem neuen video in dem video heute möchte mal gemeinsam mit euch herausfinden ob dieses mikrofon des boya by m1 was sie von amazon kaufen ob dessen originales mikrofon ist oder ob das ein billiger klone ich würde sagen wir schnacken nicht lang wir fangen mal jetzt kann man zuerst mal auf dem tisch gucken uns mal die verpackung an die verpackung sieht eigentlich meiner meinung nach richtig richtig authentisch aus und hier eigentlich jetzt nichts feststeller das ist die sage könnte ein original es wird auch von deutschland vertrieben und ue fast refund gmbh also von dem excel missmeich davon ausgegangen dass es ein original ist warum ich das ganze überprüfen möchte ich aber mir leicht in meine vorige video so sehr hand ist das mikrofon alles aber meiner meinung nach nicht original und dann gibt es von boya auch eine seite wo das rausfinden könnte dann würde ich sagen wir jetzt mal auf meinen bildschirm dann gucken wir mal so das ist mein bildschirm dann zeige ich noch wie ihr da drauf kommt im prinzip gehen daher und gab es bei google jetzt muss ich bloß mal eine andere ansicht machen bei google einfach oben als suchbegriff boya ein und dann kommen wir auf die boya minus mic startseite oder man kann direkt hier auf security code gange dann kommen wir auf diese seite und hier kann man den code eingeben und hier gibt es ein anleitungs video dazu wie man diesen code findet und dann würde ich sagen wir gucken uns das video mal an so wenn man das abzieht dann haben wir hier auf jeden fall die seriennummer dann gibt es ein scan ur code und und wollten klitter effekt wie siebel unter leidt also das können wir im prinzip ja schon mal überprüfen ob wir den effekt hier hängt unter licht kann hier oben nochmal also diesen effekt dann haben wir auf jeden fall hier drin also noch könnte man sagen es ist ein original wir gucken uns das video weiter an so und hier kommt jetzt was lustiges man soll hier den finger nass machen und dann soll diese schrift verschwinden jetzt probieren wir jetzt auch mal aus als ich habe mir tatsächlich schon mal ein glas wasser besorgt ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert macht es jetzt gemeinsam mit euch dann tun wir jetzt mal und die schrift dran zu machen dann machen wir jetzt mein finger mit mit wasser hier einfach mal ein bisschen nass fahren wir hier mal drüber und auch laut dem hier die schrift verschwindet eigentlich nahezu könnte man echt meine das ist ein original ist so das trocknet jetzt langsam wieder jetzt kommt die schrift wieder zurück also die qualität von den kopfhörer sagt mir das sind keine originale die anzeige was sie bis jetzt raus finden konnte sagt mir das sind originale gucken wir mal weiter im video rocker rocker hannes auch gerade gemacht die schrift ist dann wieder zurückgekommen so ich habe jetzt natürlich kein kein wasserlöslicher dass jetzt wieder drauf rummalen könnte also den den test müssen wir jetzt tatsächlich auslassen wenn ich mit dem adding 3000 draufmal dann bleibt es drauf so also schwierig das jetzt raus zu finden was sie jetzt auf jeden fall mal machen wird ist dass sie den scratchcode mal überprüfen weil das müsste man das müsste man hinkriegen so dazu muss jetzt hier das ganze irgendwie aufklappen noch 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 so wie das jetzt mal nicht ganz ab weil ich möchte ja möchte eigentlich diese kopfhörer zurückschicken will diese kopfhörer dieses mikrofon will die qualität hat mit definitiv nicht überzeugt jetzt gucken wir mal was passiert wenn ich mit dem handy diesen code versuch ab zum scanner so ihr seht jetzt natürlich gar nichts wenn ich hier auf den kotgang dann kommt irgendwas das irgendwo weitergeleitet wird oh ja willkommen klappla möchten sie aktuellen location field ok jetzt muss ich also not dem hier wolle das originale sein was mit eigentlich echt 100 was mir jetzt eigentlich echt wundert weil ich glaube dass sie das ist originale sind jetzt schreiben wir mal diesen code hier ab dann schreibe sie ab direkt auf die homepage das ist die 18 1 1 1 9 2 0 4 1 5 8 0 7 1 3 hofft mal dass jetzt da die richtige nummer rausgeschrieben haben die nummer die habe jetzt hier eintragen jetzt kann man mal hier drauf security code behind auf deutsch übersetzen dieser eingetragene sicherheitscode wurde zweimal abgefragt kaufberechtigung super er kann ruhig zweimal abgefragt war sein ich möchte ja wissen ob das original ist oder nicht so was passiert eigentlich wenn ihr wenn ihr den anderen code eingeben der b y y y y 20 12 14 14 5 0 so kann man noch mal auf dem bildschirm dieses produkt das sie anfragen haben ist gefälscht das sie angefragt haben ist gefälscht bitte kaufen sie unsere wurde auktorisierter händlerproduktbild also wenn ihr die b y nummer eingeben was ja eigentlich die seriennummer darsteller soll wenn ihr das jetzt richtig weiß aber wenn ihr die andere nummer anfragt dann bringt er mir die meldung dass sie die schon angefragt habt was jetzt gerade überhaupt mit dem handy gemacht haben das können wir jetzt theoretisch mit dem handy ja nochmal machen dann muss man suchen noch mal weiter raus dass wir das auch sehr etwas sicher macht jetzt erlauben wir auch mal dass der weiß wo ich bin jetzt ist das eigentlich die identische nummer was der mich an zeigt 713 hinter raus hier jetzt müsste man auch hier die meldung kriegen dass wir das schon öfters eingefragt haben das ist natürlich da die aber laut laut dieser echtheitsprüfung sollten sollte dieses mikrofon original sei ich kann euch ja mal schnell einblenden warum ich der meinung bin dass es nicht original ist das hier und hat man rund auf den tisch das hier ist ja das boya mikrofon ich schalte jetzt hier den schalter dann um auf kamera weil jetzt hier ist mit der kamera verwendet er heißt sie muss hoch batterie sind drin eine batterie ist drin dass es um schalter funktioniert was hier auch sehr verdächtig ist da müssen wir mal so ein bändel mit dabei sein dass man die batterie wieder rausziehen kann der bändel der feld bei mir ansonsten das gehäuse hier meiner meinung nach richtig richtig original aus hier haben wir auch noch mal ein code was man theoretisch abscanner kann mit dem handy das probieren wir jetzt gerade auch noch möchte jetzt gerade mal wissen wo man dann hier rauskommt ich habe keine suche infrage dokumente gefunden also mit diesem code hier kann man definitiv nichts suchen oder finden also eingestellt auf jeden fall hier jetzt auf kamera dann geht es mal her steckt mein aktuelles mikrofon was jetzt hier habe ich mache das mikrofon hier das boya mikrofon auch mit dem hals und dann stecke ich das mikrofon und dann stecke ich das mikrofon in den adapter kann ich euch leider zeige da kommen wir jetzt nicht hoch genug mit der kamera ich stecke den jetzt mal ein so wie sie jetzt im ausschlagpegel hat sie haben jetzt das boya mikrofon dran ist hier im ausschlagpegel die versione nicht sagt der trotzdem immer noch irgendwas ausschlägt also der ton wird jetzt miserabel sein man wird mich wahrscheinlich auch kaum verstehe so jetzt habe ich wieder mein sony mikrofon dran jetzt versteht man mich auch wieder praktisch auf jeden fall aufgrund von aufgrund von dieser leistung was dieses mikrofon liefert bin ich davon überzeugt dass es sich um eine fälzung handelt auch wenn der scratchcode jetzt gesagt hat dass das mikrofon original sei ich glaube das nicht dann habe ich auch irgendwo bilder im internet gesehen dass die auch diese schrift hier vergleichen das hier das müsste relativ leicht gedruckt sein bei mir ist das ziemlich stark gedruckt und auch genau so lang wie der schriftzug selber das boya hier sollte etwas bläulicher sein das hier ist sehr dunkel aber ansonsten könnte ich jetzt echt nicht sagen ob die schachtel original ist oder ob die schachtel original ist aber aufgrund der mikrofon leistung gehe ich davon aus dass es sich um eine fälschung handelt und die habe jetzt das video aufgenommen wird mir vielleicht das original oder nochmal ein anderes über amazon besteller wo dann aber direkt von amazon ausgeliefert wird und nicht von von irgendeinem unterhändler kann ja gerade mal auf meine gekaufte artikel gegangen auf auf amazon weil das ist der artikel was sie kauft haben der ist gerade aktuell im angebot für 13 euro die haben gekauft am 15 juni und der händler von dem wo das kommt das ist der okko 4 minus eu die vermute mal dass es sich hier tatsächlich um eine fälschung handelt wenn man jetzt aber auf die bewertungen runter geht es sind über 2300 bewertungen und die sind die meiste mit 5 sterne also insgesamt 4,3 sterne ich habe jetzt nichts unter das irgendjemand sagen können das ist ein klon keine ahnung habe ich ein klon das echtzeit zertifikat sagt die habe kein klon habe montags modeller wischt was ist auf jeden fall gibt es dieses mikro dieses mikrofon auch noch mal für 16,99 und das wird direkt von amazon verschickt und eventuell kaufe mir das jetzt dann noch und ich lasse es einfach gut sein ich weiß es nicht das sind halt 17 euro plus versand dann noch mal dazu wo jetzt nicht weiß ob ich das investieren soll oder nicht dieses mikrofon was ihr habt also entweder eine fälschung oder montags modell ihr könnt euch jetzt sagen aber wenn ihr da selber schon erfahrungen gemacht habt schreibt es in die kommentare wir sehen uns im nächsten video tschüss